So, das ist ein Geist, oder? Das ist ein Geist, oder? Ein neuer Fall, der es in sich hat. Das Meeting der drei Fragezeichen ist offiziell eröffnet. Gespätstisch. Er ist im Haus. Geheimnisvoll. Es ist tief im Haus verbunden. Gefällig. Und wie immer, genial. Der Geist! Die drei Fragezeichen des Verflugtes schlossen. Die drei Fragezeichen der Life Christina Wir Trigmärchen. Die drei Fragezeichen des Verracht照. チャ Bremiress, Was war die иг Castellon der Graась? jazz. So will ich sich doch noch face her. ische intentar mich zerstören, richtig zerstört. Diese Fragezeichen Das Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt fahren wir an der Geisterbahn. Das war's für heute. 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 Warte. ... 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 Bist du alleine? Nein, ich bin alleine. Seid ihr allein? Seid ihr allein? Nein, wir sind nicht allein. Wir sind Bürger. Kommen wir auf. Können wir noch ein paar zusammen? Er schießt das König. Wenn ich drauf nach oben drüber. Alle da hoch. Das ist die Geisterbahn. Ja, sehr gut. Sehr gut. So. 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 Okay. Dein Kumpel. Ja. Ciao. Schönen Tag. Ciao. Hat Spaß gemacht. Ja. Ja. Dein Geil. Im Spuk. Der Geistercoaster. 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 Da schüttt er einfach wieder. Ja, mach mal. Na, mach später noch. Wir laufen einfach so wie Kamera durch. Und dann fahren wir. Da fahren wir. Ich muss doch wieder umbauen ein paar Mal. Okay. Der Geister-Kunster! Schau mal hier. Ah, das geht jetzt! Ah, das stimmt einfach wieder. Fünf. Fünf. Ja, hör mal. Was machst du? Ach so. Wir laufen dann mal so die Kameraden durch. Dann fahren wir. Fahren wir jetzt? Nee, sag mal. Ich muss doch wieder umbauen ein paar Malen. Aber nochmal rumlaufen? Nee, Justus. Okay. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Fünf. Warte mal. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad, Justus. Drei Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss. Ein altes Schloss. Ein verschwundener Junge. Führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich habe mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Geht euch rein. Kollegen, wir haben einen Fall. Wie können Sie das Rätsel lösen? Niemand beschwindet schnell. Warte, ist da eigentlich ein knapp Fingerspitzengefühl? Das war ja bekanntlich noch nie an der Strecke. Hier spruchts. La Dracula. Der Drache. Wir müssen heute Abend nochmal den Gang. Ihr hört das doch auch, oder? Was denn? Ja. 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 Ich komme, ihr Tanzen, Mathilda! Ja. Ja, ja. Ja. Das war die Zeit. Das ist gut. Die Geist immer noch was es heißt. Hallo! 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 Drachenlord! Drachenlord, ja! Hallo! Sind wir drauf? Guck mal! Oh, das scheißt euch! Lecker! Lecker! Das geht's hier rein! Ab in die Hölle! Hallo! Hallo! Boah! Boah ey! Boah ey! Ist da wo ein Manta? Ein Manta B? Boah ey! Boah ey! Wuhuuu! Hallo! Wuhuu! Wuhuuu! Wuhuuu! Hallo! Hallo! Warum schreibst du so? Leiter! Wuhuuu! Hallo! Wuhuuu! Ist schon wenn wir uns aber freuen! Mit deiner Kettensäge! Der wollte das eine Kettensäge geben! Ja! Gut! Ah! Wuhuu! Wir müssen doch wieder ein Handy rausholen! Handy! Danke! War lustig oder? War lustig! Boah! Wuhuuu! Du musst das andere nutzen! Wuhuu! Wuhuuu! Wuhuuu! Wuhuu! 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 Das ist der Engel! Das ist der Engel! YouTube?! Wuhuuu! Wuhuu! Wir müssen loswerden! Kommt zu mir! Wuhuu! 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 Ihr habt keine Angst vor euch, klein Pisse! Runter! Bist hoch? 1 Und nochmal ruck? Und, komm! Lass Wasser! Ah! Aufmelde! Eieiei! Hallo! Hallo! Eieiei! Eieiei! Traurig! Kommt zu mir! Und macht mich mal! Ich bin der meint! Und ich schwör euch! Habt keine Chance! Es ist runter! Traurig! Kommt zu mir! Traurig! Kommt zu mir! Das ist ein bisschen raus! Traurig! Hallo! Hallo! Willst du noch reinzwingen? Ja! Hallo! 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 Guten Tag! Willst du noch mal machen? Kommt! Schau ab! Schau ab! Drachenlobber da! Hallo! Hallo! Drachenlobber da! Hallo! Hast du dich zu? Ja! Ciao, ciao! Geisterbahn! Ja! Geisterbahn! Geisterbahn! Einer! Da ist noch ein Reisterbahn! der andere YouTube-Fort Wir sind hier so schön... Oh! Wir sind hier, wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier. Ich bin hier. Hier ist die Däu. Ich bin hier. Hier ist die Däu. Da, da, da. Gut. Ja, das ist gut. Feuer! 100 Unlocks. Gut. Aber ich schreie eigentlich. Gut. Das ist alles drin. Gut. 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 So, jetzt war der Wappi. Das geht auch ein Stück vor. Das geht auch ein Stück vor. Das geht auch ein Stück vor. So, jetzt können wir so durch diese Geisterbahn fahren. Oben die GoPro 10. Und da das Handy. So. Und das ist die Karte. Geisterhörle. Franziska. Cool, oder? Voll cool, oder? Handy ist festgemacht. Gut. Das geht gleich ein Stück weiter. Gut. Gut. Das geht gleich ein Stück weiter. Gut. 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 Jetzt ist das reingegangen. Gut. 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 So, das geht gleich los. So, das geht gleich los. Gut. 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 Und jetzt geht's wieder weiter. Und ein Stück vorwärts. Jetzt sind wir dran. Und dann fahren wir durch die Geisterbahn. Ist das cool? Voll cool, Geisterbahn. Umgeschaltet. Wird lustig jetzt. Cool. Da hat ein YouTuber gesagt, wo ich am Monat gegraben habe, dass der dich fahren ist. Und das ist ja gut, aber mit Drogen nichts. Ja, das ist ja wie bei Fight for Freddy's. So ist er. Gut zu fallen. Wer liebt, mach ich gar nicht, Geisterbahn. So. So. Und. Action. Und Action. Let's play video. Jawohl. Oh. Behind the Bull search. Okay. Wir gehen jetzt doch mal mit희. Du. Gute Nacht. K jointeaden. Das ist dann schön, oder? Wow, cool! Wow, geil! Voll geil hier! Hier sind die drei Fahrzeugen. Da merkt ihr es ja. Wow, cool! Und das war's! Ende! Das war's! Super war's! Das war cool! Super war's! Die haben wir! Hallo, wir! Wir müssen an die Kante! Vergessen! Oh, besser denn vieles! So, sind wir wappen! Das ist doch schön vor! Das ist doch ganz schön vor! Das ist doch ganz schön vor! So, jetzt kommen wir so! Da steht der Geisterbaum an! Da oben die GoPro 10 und dann... So! So, das ist die Kante! Geisterbaum! Das ist doch cool, oder? Voll cool, oder? Das wird gleich schön weiter! Und dann geht's doch weiter! Und ein Stück vorwärts! Gute Geister! Gute Geister! Gute Geister! Gute Geister! Gute Geister! Ja, jetzt sind wir dran! Ja, dann machen wir doch die nächste Bahn! Gute Geister! Hopp! Gute Geister! Wusste ich jetzt! Cool! Kleiner YouTuber hat gesagt, dass der dich dran ist und ist gut mit Rollenmix Ja, wie bei der 5H30s So ist er! Gut, toll! Ja! Ist er gut? Mach ich gerne, ganz erwarten! So Und F Danke schön! Ich schaue dir zu uns! Ja! Es ist fast hier! Gute Geister! Gute Geister! Gute Geister! Gute Geister! Gute Geister! Jawohl! Gute Geister! Gute Geister! Gut dann! Schön oder was? Wow! Wow, geil! Voll geil hier! Du hast hier nicht rein wahr, weil du nicht mehr verkehrt hast. So, gut! Klaas! Danke! Wiederfahrt! Klaas! Oder was? Da ist so der einen Stand. Da ist so das Ding daneben drüben. Rechts der Esteban, genau angucken. Wollt ihr nicht? Er hat auf Instagram geschrieben, wenn wir es gewünscht. Aber die wollen es nicht. Vorbeilaufen? Ja, aber sonst. Ah, die große! Die Mondial! Wie sieht's denn aus? Das war wie am Anfang, oder? Ja, auch am Anfang. Das war's hier. Das war's hier. Das war's hier. Das war's hier. Erstmal von außen verfilmen. Von außen verfahren. Von außen verfahren. Wow, cool! Cool! Fürs Auto gibt's? Ja. Cool! Die war schön, die war langweilig. Und da war's hier. Ja, das war's hier. Und da war's hier. Und da war's hier. Ja! 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 Und da war's hier. Sind wir bereit? Die GoPro ist auch bereit? Ja! Durch die Hölle! Ab durch die Hölle! Ab durch die Hölle! Ganz vorne! Ab durch die Hölle! Ja! Ab durch die Hölle! Wir fahren jetzt im Mund los! Jetzt sind wir nicht dabei! Warte! Bist du oder was? Nein! Nein! Jetzt hab' zu! Im Mund los! Scheiße! Jetzt hab' zu! Nein! 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 Nach raggedrückt 5 Leidnacht 5 Leidnacht 6 Leidnacht 5 Leidnacht 2 Leidnacht 4 Leidnacht 3 Leidnacht 3 Leidnacht 5 Leidnacht 7 Leidnacht 5 Leidnacht Ich kann auch die andere Kamera machen. Michael! Who's leaving here? Michael! Michael! Das ist ein Schicksal! Das ist ein Schicksal! Voll cool! Einfach geil! Kleine Fahrt im Moment! Jetzt geht's runter! Hallo! Wir sind in der Hölle! Ja, geil Hölle! Wir sind in der Hölle! Wo sind die heiße Mädels? Also wird ein Versprochen! Auch nicht so weit in der Hölle! Jetzt in der Hölle! Ah, jetzt kaputt! Kaputt! Hallo! Kaputt ist es? Ja! Kaputt! Kaputt! Aussteigen und aussteigen! Kaputt! Kaputt! Das ist geschwattert! So, wir sind hier kaputt! Und aussteigen! Das ist der zweite Aufwand! Kaputt! Das war's? Abweilen! Okay! Nochmal! Alter! Sebastian, unsere Freunde! Sebastian! Unsere drei Freunde! Ich musste fragen, wo sind die heißen Mädels? Wo ist das Beiche Essen in der Beiche Hölle? Wir haben kaum was drin! Wir haben wieder rausgeschmissen! Feuer und Eis! Und der Geisterbahn! So, mal was anderes! Ein Engereisterbahn! Wir sind hier�! Wir sind hier! Wir gehen! Wir sind hier! Wir sind hier! Versetzt! Versetzt! Das ist wunderbar! Das war ein Hängerachter-Bahn, da habe ich nie gesehen. Und da kommt dann so ein Stecker. Ja, gut gemacht. Ja, schön gemacht. Ja, kopf los und wandern. Spinner ist wohl auch gut aufgebaut. Ja, gut gemacht. 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 Ja, schön aufgebaut hier auch. Ja, dann schau mal, da kommt jetzt eine Puppe. Schöne Puppe.